Hey, ho God of all, ein weiterer Fortnite-Guide ist heute für euch am Start und in diesem Video zue ich euch die nächste Season 10 Woche 9 Aufgabe, bei der wir einen Flaschenflip vollführen müssen bei einem riesigen Fisch, einem riesigen Lama oder einem riesigen Schwein. Hier ist der Fisch dort oben bei den ganzen Geysieren, hier wäre das Lama überhalb von Junk Junction und das Schwein wäre hier ganz im Süden bei Lucky Landing. Ihr müsst dann aber jeweils ein bestimmtes Ziel finden, wo ihr das Ganze macht, nicht einfach so auf offener Straße vor dem Gebilde, sage ich mal, sondern wirklich an einem ganz bestimmten Punkt, der euch markiert ist. Und beim Fisch wäre das zum Beispiel hier, das wäre ein bisschen weiter im Norden davon und da seht ihr es eindeutig markiert, wo ihr quasi mit der Flasche darauf landen müsst. Wichtig ist halt, dass ihr genau bei diesem Punkt das Ganze macht und dass die Flasche dort auch landet, zum Beispiel mit dem Lama wäre es ein bisschen weiter im Süden davon. Seht ihr aber sofort, das ist nur beim Fisch ein bisschen versteckter, beim Schwein weiß ich es aber ehrlich gesagt nicht. So und dann stellt ihr euch einfach auf diesen nicht mehr funktionierenden Geysier und das funktioniert wirklich jedes Mal hier die Flasche drauf zu schmeißen und der Flaschenflip sitzt. Also wenn ihr es hier auf, ich sag mal, ebener Fläche macht, dann hat das bei mir nicht geklappt, egal von welcher Position, aber hier auf dem Geysier klappt das jedes Mal. Und das war es zum Video, ich hoffe, dass das Ganze hat euch gefallen, ich verabschiede mich an der Stelle, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Cut und ciao.